Und das ist sowieso diese Technik, wo wir Gwangsau machen, es geht immer um Flexibilität. Denk mal so, du willst hoch, pff und währenddessen ist der Bongsau. Jetzt hier auf dem Bongsau mit Gwangsau drücken, als ob du dich so fesseln willst und zum Mittel Gwangsau, richtig. Für Rücksfaust jetzt aus dem Körper Spannung geben, richtig, achte, dass du nicht zu weit wegziehst, leicht einwinkeln ist okay und zum Soloplexus und Kinnkopf, pff und schicht. Genau, der untere geht zur Mitte, der obere neben dran, jetzt Hüfte bleibt fest, nur aus dem Rumpf Spannung geben, ja sehr gut, Fäuste zeigen nach vorne, bumm, Doppelfaust. Ja, richtig. Dann wichtig ist auch hier nicht so zu machen, sondern auch selbst fast wie Gisau zu drehen, als ob hier Druck kommen und so ein Bongsau, doppelte Bongsau quasi und quasi doppelte Tanzau und zurück, ja. Dass wir auch lernen, wenn wir Faust haben, trotzdem Bizeps nicht einspannen, weil man neigt ja dazu, klar, wir wollen Bongsau immer so machen, aber man neigt dazu, sobald man Faust irgendwie macht, extrem verspannt ist. Und das ist sowieso diese Technik, wo wir Gwangsau machen, es geht immer um Flexibilität. Also würde ich mal sagen, dass das Prinzip ist, dass wir extreme Flexibilität lernen, auch wenn wir Fäuste haben. Also würde ich sagen, dass das Prinzip ist, 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 dass